Den ziehen wir mal raus, kontrollieren den mal, weil irgendwo, wenn man da Drogen suchen. Allgemeine Verkehrskontrolle, Führer, Sie sollen anhalten das Fahrzeug, halten Sie das Fahrzeug an. Hallo, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, Sie sollen anhalten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das hier? Fahrzeugschein, Fahrzeugschein, ja, Führerschein, das ist eine Angeleidigung, jetzt fährt einfach weiter.